Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist Magic am Start. Was geht? Ich fahre mal dabei. Wir sind heute wieder in Brawl Stars unterwegs. Und wir haben was Krankes vor. Und zwar, ich habe mir meinen Portemonnaie mal geplündert. Ich habe hier insgesamt 70 Euro. Und diese 70 Euro kann Ash gewinnen. Ich gebe nämlich 10 Euro für jeden Sieg, den er in Brawl Stars holt. So, ganz kurz für dich zur Erklärung. Ja. Den Brawler und so darfst du dir aussuchen. Also ich darf eigentlich... ...nuss Solo spielen. Einfach so. Ich darf normal spielen. Ja. Und ich kriege ihn für jeden 10 Euro, für jeden Win. Für jeden Win? Ja. Und es unterbricht komplett. Also das Video hört auf, wenn ich nicht erster bin. Okay. Okay, machen wir. Wir machen so lange bis... Weiß ich noch nicht. Wenn du die ersten zwei Runden rausfliegst, hast du einen Joker. Okay, machen wir. Let's go. Top. Ich bin gespannt, wie viel Geld ich loswerde. Ich würde sagen, ich gehe erstmal in den Low-Bloal rein mit weniger Trophäen, damit ich da schon mal so ein Safe-Win habe. Das ist ja dumm von mir gewesen. Das ist ja richtig dumm von mir gerade gewesen. Aber ich hätte sagen müssen, dass du den Stärksten nehmen sollst. Ich habe Low nicht richtig gute. Ich gehe einfach mal direkt hier rein. Oh mein Gott, wie dumm war das denn gerade von mir. Also erstmal komplett von... Ach, shit, man. Egal, gehe ich einfach mal rein. Okay. Erste Runde. Let's go. Äh. Ich habe ein bisschen Angst, tatsächlich. Was ist denn das für ein Brawler, Mann? Wie heißt der? Riko, Riko. Den gibt es immer noch? Ich wollte gerade sagen, aber der sieht einfach komplett anders aus. Du hast einfach irgendein Skin so random. Äh, ist ein Skin, ist ein Skin. Oh! Ah, du bist fast tot, Mann! Es wird jetzt... Ich stehe bis direkt, das wäre so... Das wäre so bodenlos, wenn du jetzt direkt verkacken würdest. Das ist aber übrige Brawler, zehn Stück noch. Oh, den gibt es auch noch von früher, oder nicht? Welchen? Der, der gerade... Nein, 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 nein. Achso, neuer, ist ehrlich, neuer, ist krank. Achso, okay. So, mach den da... Oh, was ist wo? Ey, nein, nein, nein. Ist das Bo, oder wie der hieß? Angelo ist ein neuer Brawler. Achso. Hä, aber ist der, der mit dem Bogen? Ja. Ich finde aber diese Bälle schon mies lustig. Ja, aber... Oha. Ich bin ehrlich, erster ist hart, wird hart. Ich bin sehr gespannt, ehrlich. Alex, ich würde runterstufen auf erster und zweiter, bin ich ehrlich. Warum? Max, erster ist krank. Wenn man einmal eine schlechte... Du bist so gut wie tot. Du bist voll so gut wie tot, Mann. Max, ich glaube, ich brauche Joker. Jetzt schon? Das ist ja, das ist jetzt, aber ich brauche generell Joker. Okay, ich würde sagen, Joker... Ja, okay, guck mal. Fuck! Mann, Max, was ist das? Wo steht gleich, wie viele Troven du bekommst? Ja, null, ich bin liebter, Max. Okay, das wäre eine Aufwärmrunde, die zählt nicht, okay? Wir machen das jetzt so. Ash, du kriegst 10 Abo von mir, wenn du Plus-Pokale machst. Wenn du gewinnst. Im Sinne von... Ich würde sagen, erstes, zweiter und dritter. Ja, okay. Ja, okay, top. Kurz geändert. Bin ich drin. Okay, warte. Ich werde aber auch dafür, wenn ich höhere Brawler spielen habe. Jetzt nimm ein Brawler, spiel eine Runde und zwack mir das Geld ab. Okay, sorry. Wir begrenzen das Ganze auf sieben Runden maximal ab jetzt. Okay. Machen wir. Ich bin gespannt. So. Das wäre ja sehr nett von dir, wenn du uns tatsächlich verkacken würdest, so, ne? Also, sag ich dir, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, aber jetzt wird's raus. Brawl Stars, let's go! Okay, jetzt so, ich bin drin, ne? Ist das Spike? Nein, 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 ich habe wieder falsch, es wieder drin, Max. Ihr drückt das. Noch, noch, ist okay, noch, ist okay. Die erste Truhe ist gesichert. Warum brennst du da? Oh mein Gott, du bist echt am Arsch, die ganze Zeit kann das sein. Oh, der hat auch fast gut. Komm her, Baby, ich hole dich! Oh, der hielt aber sehr schnell. Ja. Oh, der ist wiederwächst. Ich wollte gerade sagen, das bugt aber gerade ehrlich. Warte, der stirbt, der stirbt, der stirbt. Oh, oh! Oh nein. Der macht fertig. Ah, du bist auch nicht so gut wie tot. Aber richtig tot, tot. Ja, bodenlos. Das ist ehrlich bodenlos. Ich sage euch ehrlich, das ist... Oh! Let's go. Okay, fünf übrige Brawler aktuell. Wichtig, wichtig. Da ist einer im Gebüsch irgendwo. Oh, das... Oh nein, 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 der wird mich töten. Wieso? Ja, weil der Nahkampf krank ist. Ach so. Ja, gib ich was. Auch nicht. Ash, also ich habe ehrlich gesagt Besseres. Aber ha, 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 nütz. Guck mal, war es jetzt Platz 4 oder so und dann kann das sein? Ja. Ja, ist schon belastend, ne? Ich habe letztens in meinen Kommentaren gelesen, da meinte jemand, Gewinn ist erst, also erst mal zweiter, dritter und vierter, wenn man da noch viel Plus macht. Willst du mich Hommelhaubs nehmen? Sag ich mal so, Max. Willst du jetzt Zeit für 10 Euro haben? Was geht, Leute? Falls ihr mit mir zocken wollt, checkt gerne den ersten Link in der Videobeschreibung ab, das ist mein Twitch. Oder gebt einfach ein auf Twitch Ash mit 2H-55. Da bin ich jeden Tag gegen Abend live. Hau rein. Erster Zehner. Kommt für mich rein, kommt reingeflattert. Du bist vierter geworden. Ja, ist so. Und dafür gebe ich dir dafür, dass du vierter bist, 10 Euro. Safe. So, nächste Runde mit Bibi. Oh nein. Da musst du nachkampf gehen, oder nicht? Ja, ja, aber deine Max hat echt mal. Aber der weiß auch, dass das... Ah, perfekt, Digga. Ja, okay, nee. Der weiß auch ganz genau, dass er keinen nachkampf gehen muss, Leute. Ja, okay, mit Kidd das ein bisschen hart jetzt. Da will ich am besten nicht reingehen, aber dann jumpt er mich. Ich kenne den nicht. Ja, der kann so springen und da bist du so gefließt. Das ist so. Da ist immer der Busch drin irgendwo. Oder auch nicht. Hä? Da war doch gerade, Alter. Ja, Moritz ist es. Oh, die kennen auch von früher. Mhm. Ich war schon, ob ich am nächsten 10 Euro verlieren werde. Ja, nee, der rennt, der rennt. Der ist ja bodenlos. Ich bin echt, irgendwie die Leute sind ein bisschen am zu wetten, bin ich ehrlich. Das sind irgendwie... Wer ist das da? Wo? Da unten. Spike. Über den Skin. Oh, das war schlecht von ihm, oder? Jungs, war Spaß, war Spaß. War nicht so gemeint, war nicht so... Oh mein Gott, ich dachte... Hä, warum rennen alle weg? Also entweder sie rennen weg, oder sie machen einen fernen Kampf. Trader, okay, doch nicht. Ey, Digga, das ist so... Nein, 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 nein. Das ist ehrlich, die... Die tryharden guckt jetzt rein, ich weiß nicht, warum. Bester Tag, um dieses Video zu machen, wo ich ganz gut an der Stelle sagen. Ja, aber ich würde auch ehrlich gesagt, ich hab... Ey, ich war ja voll im Block... Das ist ja bodenlos. Uh, oh! Ja, das mein ich, das mein ich, das mein ich, das... Was denn? Ich mein, das ist ja, der kann sich einfach unnötig machen mit seinem Gadget, und er kann auf dich raufbringen, er ist wie so eine Katze, die springt auf dich drauf, die packt dich so von hinten mit den Krallen, kreist sie in dich rein und du hast einfach keine Chance. Das mein ich. Plus Pokale gemacht, heißt plus Geld gemacht. was ist das kann man kann jetzt drücken und es gibt selten super selten episch schlägen der ok und da kann man sagen was die überlegen der zum beispiel los ja ich habe jetzt das schlecht ist einfach selten geblieben was kriege ich selber scheiße sind jetzt wieder gar nichts ist gar nichts kommentieren los wenn sie das heißt es zählt als sieg das heißt es heißt offiziell dass es ein sieg ist deshalb für den sieg ok ich bin runde 3 wer bis jetzt ich gehe direkt hier oben die zwei holen auf locker gehst du holen auf locker manchen gerne töten aber irgendwie auch locker macht er das nicht doch jetzt kann ich drauf das ist ja boden ich kann nichts machen er kann nichts machen er jungen es ist voll das ganze op also die 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 wie heißt die ulti in der ulti ist sehr gut ist krass ist ehrlich dass ich sage ich muss ehrlich sagen das ist ehrlich bank und das geld schützt komme ich mache das gleich und da sind die gegner nicht mehr für fünf sekunden zu können so er sieht mich nicht fünf sekunden lang aber das ist sehr mies op krank ist krank oder kommt jemand noch nicht so ich glaube ich muss das ist das auch worte das team nein das nicht jemand die übrige brawler sechs der nächste ist also ich weiß nicht ob ich damit einen fehler gemacht habe dass er für jeden also für jede runde wo er pokal dazu gewinnt dass ich ihn da für zehn euro gewesen ist glaube ich zu hart